ja servus wir kommen zu einem kleinen jahr wie nennt man das hier beta test wir testen die neue beta von star wars battlefront was ich sage wir weil es werden das auch im ts sagt hallo ja es ist aber der dritte anlauf hier dass wir das aufnehmen es wird langsam ja es wird lang so langsam besser so ich habe jetzt wenn er in der party eingeladen das heißt wir wie ihr oben seht das wenn ist bei mir in party hier kurz die ist der sven das bin natürlich ich und ja wenn wir dann soweit sind können wir einfach multiplayer gehen ich mache einfach ein game und deshalb muss bestätigen dann kommt er bei mir ins geld also schon ja ich schöne schön ist auch dass deine mitspieler markiert werden in der gruppe das ist auch sehr gut ich hoffe zumindest dass das spiel jetzt anständig aufgenommen weil ich habe eben schon mal zwei tests gehabt die fehlgeschlagen sind und da lief das spiel nicht so ganz rund mit aufnahme deshalb hoffe ich es geht jetzt ich habe natürlich vorher schon ein bisschen gespielt cool wir starten sogar als imperium direkt das ist geil ja zu dem spiel kurz selber das ist quasi wir können sagen das ist wie battlefield nur halt mit star wars und so dass ihr seht das spiel ist wirklich scheinbar sehr äh dingenslastig ob mein spiel funktioniert da nicht richtig mit wo bist du denn oh geil diese mucke direkt ne weißt du das wenn sogar so wir sollten aber dafür sorgen dass wir die rebelle töten ja sind das spiel also was du hier machen das ist ja das luk da links wo ich hinschieße oh mein gott luke skywalker oh nein egal was er macht renn vor ihm weg ja ich glaube ich glaube der fickt mich hart in den arsch also der schlägt also du musst es so vorstellen wenn du den spielst du verlierst konstant leben du kannst nur dein leben aufwerten indem du leute gehst darum bist du schneller ganz überspringen und hat halt one shot also mit dem lasers schwert okay ja geil gut ich habe jetzt gerade irgendwas hingestellt sieht aus wie ein kleiner raketenwerfer und ich glaube der sucht jetzt irgendwie nach was ich wurde von skywalker getötet so ein scheiß vielleicht geht man ja getötet sekunde wir müssen uns nochmal wo bin ich jetzt gestartet boah ich habe einen raketenwerfer gehabt ey double shot nice nice one nice one also wie gesagt star wars battlefront ist quasi so ein bisschen wie wie ähm wie ähm wie battlefields ja ne hinter dir da ist er oh mann ich tötet mich alter der hat mich schon wieder getötet der dumme wixer tötet luke der drecksack sag ich bin dein vater dann hört er auf ja wahrscheinlich äh dann sagt er nein wahrscheinlich naja gut egal gut ja also was soll ich sonst noch großartig sagen hier nein ich hab mal die arti ja mann arti arti action was wenn ich bin hinter dir jetzt geht's rund jetzt geht's rund ich finde das total geiler haben wir gar nicht gut dass das einer der trainer spielen haben wir geil was das ist das erste mal dass ich hier mit diesem arti arti spiele haben wir geil junge das ist ja mega alter also noch die originalen sounds ist das awesome ohne spaß macht richtig also das macht das macht so richtig kann das spiel ganz ehrlich ich hab mir schon ein paar sachen prei gekauft und zwar hier einmal den thermal detonator und einmal so ein rifle also so ein one shot gewehr ganz cool ein bisschen am austesten weil ich mir das gerade gekauft habe für 750 credits ich hab keine ahnung was ich hier mache ich kenne noch die währung alter ich kenne den anderen anderen wie geil ist das denn ich habe keine ahnung was ich hier mache aber irgendwie funktioniert scheinbar ja mann der ist getötet du kannst auch mit mit 1 und 3 kannst du specials machen rakete und so weiter das ding ist ja voll overpowered junge das ist ja voll mega alter hammer geil ja damit bin ich mal erster ne woher wie geil war das denn jetzt das war ja wohl aus dem alter haben wir geil okay jetzt auch das spiel spiel ist es jetzt hat sich mitgerissen ist ja wohl mehr als gelb angezeigt ja ich weiß wo auch hallo hast du schon andere waffen und so ja ja ich hab gerade gesagt also eine habe ich mir frei gekauft und gerade habe ich mir für 750 auf der 3 so eine one shot rifle geholt so wie ein scharfschützender weißt du ich will das haben ich will das haben hier alles klar ich habe irgendwas gekriegt ich platziere es das ist so geil ey die mucke ist so awesome ohne scheiß ich sowas von mega das sind voll die originalen sounds ja das ist so geil gemacht wird gerade beschossen ich helfe dir ich hab dir geholfen ich hab ihn weggesprankt sehr gut los komm lass mir auf der linken seite mal vorbeigehen komm komm wir gehen mal hier rein hier kannst du reingehen ist aber nicht so toll weil die daran spawnen meinst du das kommen wir schaffen das fürs imperium oh nein jetzt habe ich mich selbst gekillt mit der du bist schon ganz schön scheiße das ist schon toll ne du bist schon ein toller echt echt vor der held auf jeden fall hashtag held und so du kannst ja auch die ganz dicken walker kannst du ja auch starten da musst du nur ganz ganz schnell hier ich kann ja das ist gerade gesagt und kannst du schon da kann ich hier ich muss mich jetzt konzentrieren ich kriege einen hier tea fighter ein tie fighter da fällt mir was lustiges aus family guy ein warum machst du nicht eigentlich tie fighter und ich bin da wäre ich absolut mega ey die haben auch den originalen sound diese ja das ist also das ist wirklich richtig das haben sie richtig geil hingekriegt das auf jeden fall ich weiß wie ich in der base drin aber irgendwie ist hier keiner das finde ich bist scheiße warte bis wir das erste da eingenommen haben wow wow ich sehe dich da in der händnisgeber punkt da bist du scheinbar einfach mal hier rum ich habe ihn fast unter nein Sturzflug das sind noch zwei ich habe nur noch ein Leben alter wo ist die sau schluck du Ratte auch weiter voll flankiert haben wir die hier wie geil ist das denn alter down naja aber das spiel hat so potenziell ich werde jetzt schon mal meine prognose sagen ich werde es mir holen ja ich denke ich werde es mir auch holen wahrscheinlich ich denke wahrscheinlich wird es auch ein let's play natürlich geben aber das ist absolut mega ist das spiel aua nein ich bin auf drei gesunken verdammt ich will dann AT AT spielen ah hier da da so ein walker hier ist so ein walker wie geil ja ich kann so ein walker spielen was so ein riesen nein ich wurde getötet du Hurenkind das kann doch nicht wahr sein oh ich hab mich auch ein paar mal so geärgert ey weil ich hatte eigentlich auch mal so ein so ein scheiß ding verstehst du alter ich hätte so ein geilen walker mal spielen können das wär so geil gewesen jetzt freundlich ja so ein vierbeiner die die clocks immer tragen und so da da ist ein tie fighter oh ich darf es ein tie fighter nie tie fighter fliegen das muss unbedingt mit dem let's play gezeigt werden Hilfe ah Hilfe ich will nicht sterben oh verdammt das ist so ein Mist oh man t 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 ich bin wieder hinter dir wo hast du das gefunden wo sind die immer bei den äh das siehst du von weitem schon da sind ja diese Symbole auf dem Boden das siehst du schon von weitem was das ist ja aber sind die in der Nähe von den ne ne die sind Moment mal Moment mal da hinten ist einer siehst du den? komm lass mir den holen da haben wir hier das Ding geschmissen ach so lass uns kaputt schießen ja ich hab ihn getötet wuuu hammergeil ey boah da spielst du mega ey das ist ein x-wing da ist Luke da ist Luke töte ihn töte ihn Luke wir sind dein Vater bleib stehen doch der Darth Vader hat auch eben jemand gespielt Da siehst du, da vorne ist ein TIE Fighter. Da ist ein ATAC und da ist der Walker. Ja, ich will den dicken Walker haben. Ich geh den TIE Fighter holen. TIE Fighter! Juhu! TIE Fighter! Ja, Mann! Nein, ich bin wieder tot! Och Mann, oh! Das ist doch scheiße! Nein, du bist schon wieder tot! Ich hasse die Leute! Ich hasse diese Leute! Ich hasse sie! So, jetzt spiel ich wieder Dingens. Juhu! ATST! Okay! Go! Das war so mega eben. So, jetzt machen wir das wieder hier. Komm, ey jetzt! Ich bin Darth Vader! Echt?! Hammer, nice! Wo bist du denn? Ich bin Darth Vader! Cool! Hast du jetzt die Mucke von dem? Ja! Das ist ja mega! Alter, ich muss auf jeden Fall auch mal den Darth Vader spielen. Das ist ja mal richtig geil. Wo seid ihr? Ich kann den Machtgriff machen! Ich kann die würgen! Du kannst die wirklich würgen? Ey, das ist ja wohl mal richtig geil! Ich würge dich! Komm her! Miese Foot, ey! Da warte er sich von den Anschleichen, der Drecksack! Lauf doch mal schneller da! Loll! Blöde! X-Wing! Wo seid ihr denn? Ich will euch doch mal killen! Da bist du! Du Sau! Gott, nimm her! Hammer geil, Junge! Ey, schau sie alle kaputt! Ich kann mit dem Licht verwerfen! Ich bin tot! Nein, ich wurde getötet mit einem Raketenwerfer! Okay, alles klar, ich weiß wo der Walker steht. Das heißt, ich lauf da jetzt hin und hol mal den Walker! Ich will Walker fahren! Sven hat Spaß an Stars Vader! Ja! Das sind nicht die Druiden, die er sucht! Genau! Und ich bin dein Vater und so! Ey, das ist so geil, ey! Was geht die ganze Zeit und... Warte mal, was ist das hier? Was ist der Walker? Sag mal hier! Ich muss Leute finden! Oh, Infantrie-Dingen! Ah, Mann, ich bin schon wieder tot! Das gibt's doch nicht! Ich bin immer tot! Wenn ich die Power ab und dann sterbe ich immer! Das ist doch scheiße! Nein! Ich starte! Ich bin gestorben! Aber ich habe einen mitgenommen! Es macht Spaß! Oh! Ich habe mich selber getötet mit einer Granate! Das war ziemlich scheiße! Ah, gut! Ich bin direkt wieder zwei Meter daneben gespawnt! Das ist gut! Next uplink! So, jetzt hätte ich mal gerne diesen großen! Weil das jetzt glaube ich schon leider drin war! Geil! Der habe ich getötet! Sehr gut! Ah! Ah! Hilfe! Wo hab ich den Kriege da? Diesen Drecksack! Wo ist denn der? Da war doch irgendwo eben einer! Wow! Ich will AT-AT fahren! Mann, wo ist das Power-Up hier? Manchmal finde ich die Drops, aber scheiße! Da wirst du mitten, mitten im, im, in Dingens gespawnt! Äh, gespawnt da bei den! Ja! Ding gesagt! Dropzones! Aber ist egal! Ist nicht schlimm! Ich weiß, was du meinst! Fuck! Scheiße! Da kann man hier wirklich nichts mehr holen! Das ist ein bisschen blöde! Jetzt gern so ein bisschen AT-AT gefahren und so! Dann läuft man da vorne! Ne? Mega geil und so! Kann man eigentlich auch spotten? Das ist ja richtig cool! Spotten! Kann man den hier nicht kaputt machen, den X-Wing? Das wäre geil! Wenn die X-Wings auch zerstören könnte! Hoffentlich schaffe ich es auch irgendwann mal Darth Vader zu spielen! Das wäre richtig geil! Also ich habe den jetzt komischerweise, äh, hinten gefunden! Also hinter so'n, so'n Walker! Das kann man hier auch nur daherkriegen! Ich glaube, ich bin gerade irgendwie hinten hinterher! Ich, äh, sehe gerade irgendwie gar nichts gerade! Bist ganz weit hinten, ja! Ja, irgendwie so'n bisschen, ne? Egal! Ich, äh, ich krieg das schon hin! Da ist wieder ein Walker! Cool! Da ist ein AT-ST! Und dahinten ist ein Großer! Ein Großer! Den will ich ab- Ah, verdammt! Der fasch hat den hier! Achtung! Jetzt kommt hier AT-ST! Guck'n! 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 Wo ist'n! Also dieses Sniper-Rifle, die ist auch- Da ist'n wieder! Er will uns alle töten! Ja, wir haben Luke getötet! Alter! Ich kann hier nicht runtergehen! Hilfe! Wie dumm ist das denn, alter! Kann da nicht, kann da nicht langgehen! Geh'n nicht da oben! Ja, ich komm'n ja nicht runter! Ja, da hast'n X-T-Fighter wieder! Oh, ich spiel' den! Ah, ne, das ist mit Love-Radar-T-Fighter! Ich spiel' den! Ach, du willst'n diesen Runden haben! Los, AT-ST, lauf' hier runter! Na, also! Auf schneller! Er geht ja wirklich schneller! Der kann ja auch schneller laufen! Das ist ja cool! Muss ich noch gar nicht! Man kann doch auch in die Evo-Perspektive, hab' ich wahrscheinlich auf 10, ne? Oder? Auf E? Äh, ne, ich bin ausgestiegen, das ist scheiße! Hilfe! Ah! Hilfe! Toll, super! Ich bin ausgestiegen und das AT-ST wurde zerstört! Super! Ich bin voll der Held! Geil, ey! Daft-Waders, äh, äh, X-Fighter gedöhnen! Na, jetzt hab' ich das Ding erwischt! Sehr gut! Ich such' hier immer nach nem Update, um mal endlich mal so'n Walker zu fahren, ey! Leider gibt's hier sowas nicht! Okay, wir müssen mehr Leute töten! Sturb' du! Rebellen ab Schaum! Aha! Verdammt! So ein Mist-Killer-Sys noch gekriegt! Da, 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 da! Endlich! Da ist jemand Darth Vader! Nein, ich wurde gekillt! Na, endlich! So, endlich mal AT-AT fahren hier! Warte mal, Zeit, ey! Ist endlich so'n Riesending drin? Ja! Echt? Alter, alles schießt auf mich! Ja, weil du grade... Target Nummer 1 bist, weil die dich ja... Jungen getötet! Aaaaah! Stopp du gerade! Wieder jemand getötet, sauber! Nein! Sie kabbeln mich ein! Nein! Sie kabbeln mich ein! Hey, gewonnen! Ich glaub ich hab für uns grad den Sieg geholt! Kann das sein? Nein, du... Die laufen ja bis... Du hast ja oben diese drei Punkte! Die laufen die ja sowieso lang! Okay! Wir müssen verhindern, diese Upload Station, die du da immer siehst, die müssen die aktivieren! Und wenn die die aktivieren, können die die Walker erst kaputt machen, die Großen! Okay! Wir müssen es verhindern natürlich, die nicht aktivieren zu lassen, damit unsere Walker mit dem dicken Churchill einfach durch wandern können, weißt du? Sehr gut! Ein Glück verstehst du das Spiel, ich versteh's nicht! Ja! Ich hab aber auch lange gebraucht! Ja, cool ey! Das war auf jeden Fall die erste Runde! Wir werden direkt noch eine Runde hinterher liefern auf jeden Fall! Ich werd hier auf jeden Fall weitermachen! Jetzt spielen nämlich mal die Rebellen! Die Juden, Alden, Rebellen! Die spinnen wir endlich! Da! Mein Gott! Olle Luke! Ja, würd ich sagen, machen wir mal einen kurzen Cut vielleicht bis zur zweiten Runde, die dann jetzt von direkt kommen wird! So! Wenn ich jetzt hoffentlich nicht den Cut gesetzt habe, habt ihr das alles gerade mitgekriegt, wie ich gegessen und getrunken habe! So, das heißt, wir starten jetzt S... Oh, ich fliege jetzt X-Wing! Du flieges X-Wing? Ich werd dann auch fliegen! Wo hast du den her? Ah! Ich werd direkt beschossen! Hilfe! Kann doch nicht wahr sein, direkt mal hier beschießen, ey! Ach, diese Musik ist so geil, ne? Ohne Scheiß, ne? Wie wechselt man die Waffe? Wie wechselt man die Waffe? Welche Waffe wechseln? Was würdest du da machen? Auf drei muss ich da wieder drücken. Achso. Warum sagt mir das denn keiner? Okay, erklärt einiges. Da ist jemand klug. Nice. So, jetzt will ich aber hier auch mal so ein bisschen was killen. Da ist echt jemand Luke. Wie geil ist das denn? Jetzt schaue ich einfach voll runter. Boah, hier sind so viele von diesen AT-ATs. Da hat ja sogar jemanden gekillt. Wie geil ist das denn? Ich folge einfach mal Luke. Hinter dem bin ich erstmal sicher. Cool. Sind ja auch noch Stationen. Wir gehen mal so einer rein. Das ist doch ein AT-AT. Aber hier ist nichts. Hier passiert nichts. Also wir müssen jetzt versuchen zu diesen wo jetzt steht activated. Das müssen wir aktivieren. Ja, damit wir auf die Dinge schießen können. Auf die AT-ATs, ne? Genau, auf die dicken. Auf die Walker. Ja, komm mal. Die großen heißen AT-AT, die kleinen heißen A-T-ST. Damit du es mal weißt. Oh, toll. Mit deinem Fachwissen hier. Ja, hör mal. Ich bin der Fachwissen-Mensch hier. Da ist! Da, du Wader! Und der killt mich als erstes. Du Wichser! Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, ey. Da kommt der da angejumpt und der killt mich als allererstes, ey. So ein Drecksack. Komm, ich helfe dir. Ich bin hinter dir. Lass die uns töten. Da, den da. Ob ich den Strike. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Alter! Leck mich am Arsch! Alter, ist das krass. Ja, da ist mal der TIE Fighter gerade zerstört worden. Richtig geil und so. Komm, noch ein TIE Fighter! Hilfe, Hilfe! Ich werde beschossen. Du was dagegen! Da sind welche oder so eine Geschichte. Keine. Da! Ich bin tot. Alter, direkt mit dem Hedgehog! Wie scheiße ist das denn? Ist ja voll doof. Startup-Partner Aua! Menno! Nein, ich hab den umgebracht! Ach, von wo? Sehr gut. Das ist auch nicht schon so. Ja, mit Level 4 kann ich mir eigentlich ne neue Waffe kaufen. Ah ne, jetzt muss ich ja erstmal wieder sparen, weil ich... Aaaaah! Das ist auch ziemlich cool, dieses, dass du nicht draufhalten kannst mit deiner, mit deinem Photonentorpedos hier. Und, ähm, dass du halt so ein bisschen, ja quasi erst die Waffe überhitzt. Finde ich ziemlich cool gemacht, irgendwie. Ja, da wir ja, äh, sehr viel Erfahrung, äh, mit Sachen Lasertechnik haben... Ja, sind das für mich jetzt hier Photonentorpedos. Finde ich das total realistisch und auch eine notwendige Eigenschaft in dem Spiel. Ansonsten würde ich das nicht spielen. Hier... Nein! Voll im offenen Feuer hier. Hilfe! Ich wusste es. AT-ST wieder hier. Was da f-ck ab, ey! Auch mal was spielen. Machen wir irgendwas anderes als Alternatives mal gerade jetzt spielen. LOL! Da ist ne Granate! Den-den-den-diiin! Den-den-den-den-diin! Hammergeil, die Muckre Junge! Ah, die ist so geil. Hinter dir ist eine Granate, äh, hingeworfen worden. Da, rechte Seite! Sie flankieren uns! Stupp! Ewiger, äh, äh, was ist das eigentlich? Ein Schuttschild. Nein, nee, was sind die nochmal? Die sind jetzt die Bösen. Oh, guck mal, hier, komm, komm schnell hier hin. Hier ist ein X-Wing. Hier, komm, komm! X-Wing! Nein, hinter dir! Der Hund in sich! Er hat sich hingeholt. Ah gut, dafür kann ich nix. Stupp! Verdammt. Ich bin weggesnipert worden. Echt? Das ist scheiße. Ich bin auch tot. Oma Gnadenlos hat mich getötet mit dem ATS-T. Verdammte Scheiße. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Was ist das? Was ist das denn? Ist das eine Mine? Cool, das ist so eine Mine aus dem Film. Cool. Guck mal hier. Voll geil. Oh. Man kann sich damit ja töten. Ja, sehr gut. Ja, wusstest du das? Hättest du mal sagen können. Ja, kann man. Das war jetzt cool. Hey! Da ist eine Mine. Ich schieße mal drauf. Was passiert da war... wahrscheinlich? Na, schön. shorten. Ey, X-Wing! Stauban, glaube ich jetzt hin. Need X-Wing! Need X-Wing! Ja. 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 Ja! X-Wing! Alter, ey. Mann, ich bin ich부� Agony. Gar nicht, ey. Wir spielen eigentlich X-Wing! Jetzt gehts ab! Wie steuere ich den denn. Ah, okay. So. Aber wir können auf die Dinger schießen, ne, oder? Oh, die Steuerung ist aber... Oh, die Steuerung ist aber Sahne. Ah, die ist gut, ne? Ja. Äh, sehr cool. Der macht scheiße hier. Nice, der lässt sich sogar echt gut steuern. Okay, ich bin leider tot. Verdammt, Shee-Man hat mich getötet. Toll, da haben wir echt lang die Starfighter-Action gesehen. Äh, X-Wing-Fighter-Action gesehen. Das ist auch ein Starfighter. Auf jeden Fall. Ich bin voll der Starfighter, Junge. So, jetzt spiele ich nochmal X-Wing. Nein, ich wurde verliebt, ich bin erschossen, ich bin aktiviert. Ja, das ist natürlich, äh, ja, das ist natürlich jetzt Kacke, ne? Ja, das würde ich auch so sehen, ne? Alter, was ist denn hier schon wieder los? Schaut euch doch mal um die T-Fighter. Riese Sau da hinten! Oh, die fliegt da noch nicht so weit. Next up, links. Und es ist irgendwo einer, den will ich mir holen. Ja, der sitzt mit dem Ding da drin. Verdammt! Ah, da kommt noch ein Ding. Einen hab ich getötet. Der andere auch! Ja, Mann, ich hab mich auch getötet. Haha! Alter! Sebo! Lol, warum sagst du mir nix? Hab mich alle getötet. Verdammt. Stark durchs der Partner. Darth Vader! Nein, warum bin ich bei dir respawn? Stopp, du Ratze! Ah! Nein, es war schon wieder unmergnadenlos. So ein Scheiß. Alter, ey, da musst du wirklich laufen, ne? Meine Freundin macht sich gerade über mich lustig. Echt, warum? Weil wir so apartig sind, wenn Darth Vader auf einmal auftaucht. Ja, ist das so. Was ist das hier eigentlich? Das ist Darth Vader. Ah, Hilfe! Der Mann hat nen Helm auf. Der muss gefährlich sein. Cool, Raketenwerfer! Ich hab einen Raketenwerfer, wie geil. Du mieser Ratte! Ey, cool, ich hab ihn mit dem Raketenwerfer getötet. Aber nicht Darth Vader, ne? Nein, leider nicht. Ja, ich weiß, weil der hat mich nämlich gerade getötet. Sehr schön. Aber der müsste jetzt auch gegenüber sein, der hatte nicht mehr viel Leben. So, jemand. Hat jemand R2D2 gesehen? Was war das denn jetzt? Boah, da guckt da jemand natürlich wieder Oma gnadenlos, weißt du? Die Oma geht mir dann so auf den Sack. Ihr wächst, Sven! Ich bin bei dir gespornst. Wo bist du, wo bist du? Bist du auch noch da draußen? Bist du gestorben? Alter, alter. Nein, noch nicht. Aber gleich. LOL. Ey, wie? Das ist nicht euer Ernst. Ich komm da raus und bin direkt tot, ey. Und der Herr überlebt doch nicht mal wieder. Weil die da mit dem ATS-Gteiß da draufstehen. Ah, können wir sein, dass sie auf den schießen können? Ja, nee. Orbital Strike! Orbital Strike! Wegen Orbital, was aufs Maul krieg ich. Ja, da sind gerade eine Menge durch den Orbital Strike gestorben. Da oben, ey, da ist so ein Fighter. Guck mal da oben. Siehst du den? Ja. Hinter dem ATS-D... Nein, verdammt. Ey, schon wieder Oma gnadenlos. Sag mal, was hat der für ein Problem, der Kerl ist? Was für ein Typ, ey? Ja, der sitzt in diesem Riesen-Ding da drin, oder? Nein, der hat mich gerade schon wieder so getötet mit einer Knarre einfach. Das ist ja eine blöde Sache. Schon wieder Oma gnadenlos! Stürb, Oma gnadenlos! Miese Foot-Duell. Ach, du Scheiße! Ein Need Helft, ein Need Support, ein Need Alles. Ein Need Alles? Alter, what the fuck? Was war das denn jetzt? Ich hab schon wieder Leben verloren durch irgendetwas. Was aber hat verwirrends hier, diese Gänge hinten. Schon hat verwirrends hier so ein bisschen. Ging es nicht, diesen Dinger da einzunehmen, dass wir auf die Dicken... Also, die Runde werden wir hart verlieren. Das könnte durchaus möglich sein. Boah, nein! Ich hab nur einen mitgenommen. Ich folg dir hier bei den Kollegen. Ich bin 13! Ich bin voll schlecht, ey. Es ist ein Power-Up, das kann ich mir mal holen, gucken, ob ich das hinkriege. Wann keiner weiß, was es ist, aber ich guck mal. Was ist denn hier? Was ist hier das? Oh, ich flipp aus. Ja, cool. Da war eine Mine. Sehr schön. Da kennt sich wohl einer sehr gut in dem Spiel aus. Da hat er direkt neben so ein Power-Up eine Mine gelegt. Das ist gut. Das ist doch immer schick. Ich wär einfach unten drunter durchgedingens, du Kollege. Auch mal so ein Flieger spielen. Miese Foot. Alter, ey, diese Riesengranaten, die sind ja heftig, ey. Ja, ja, davon hat mich gerade eine getötet. Haha! Mieses Stück. Aha, pass auf, wenn es hier jemand hochkommt, ey, der wird direkt umgenietet. Hallo, verlass das Team. Geo-Pick-up. Nein, oder? Ja, Mann, ich bin Luke Skywalker, baby. Korrekt, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, ja, Mann. Oh, Wixer. Haha, wie geil, Junge. Ich hau jetzt mal ab hier. Ja, Mann. Zack, Junge. Haha, Junge. Wieder eingetötet, wieder eingetötet, ja, Mann. Voll der Killer bin ich hier. Ich bin tot. Nein, ich wurde getötet. Boah, das ist ja mega geil, wenn du, wenn du Dingens bist, ne? Wenn du Luke Skywalker bist, ist ja echt mega, ey. War mal geil. Haben wir, haben wir auf die Dinger überhaupt mal Schaden gemacht? So wie das aussieht nicht. Bis jetzt haben wir noch keinen Schaden auf die ATS-T's gemacht. Also müssen wir, dafür müssen wir doch, ob ich irgendwas aktivieren, kann das sein? Ja, hatten wir ja gerade. Da hinten, da ist so ein Flieger mit so einem Kabel, dem will ich auch mal fliegen. Gucken, wie der ist. Go, go, go. Go, go, go. Ah, da ist er. Gleich bin ich da. Und ich sterbe jetzt nicht. Yes. Und, Achtung. Juhu. Hey, ich bin der Alte, cool. Sauber. Jetzt hab ich mal so einen Flieger hier. Ziemlich geil. Das ist ein bisschen her, nimm auf mich. Verdammt. Oh. Oh, das war ein Speed, das hab ich gar nicht gemerkt. Dass das, dass das Speed war. Oh, ich würde jetzt nur gerne wissen, wie ich so ein Kabel an so, an so ein Ding jetzt machen kann. Das würde ich mal gerne lassen. Das kannst du, glaub ich, das kannst du, glaub ich, nur, wenn du ein Ding jetzt machst. Wenn die, ähm, wie heiße, wenn die, äh, angreifbar sind. Ach so. Das macht Sinn. Oder mit drei. Kannst du das, glaub ich, auch mal. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert hier. Okay, ähm, ich bin, äh, gestorben. Killed bei DF9? What the fuck? Also, ihr seht, ich flicke hier durch das Spiel durch. Aber, weiß nicht, wie die gehen. Die Fend, wir müssen das Ding hier defenden. Wie macht man das denn? Ja, indem man guckt, dass die anderen nicht da dran gehen. Ach so, ich dachte, wir müssen einfach nur irgendwie, ja, dass die das ziehen oder so vielleicht. Machen wir so ein ATS-Dick kaputt. Guck mal. Alter, wie viele Kills hast du? Oh! Ich bin ja nur, nur die Power-Ups am Farmen hier. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier den... Irgendwie ist das Ding richtig schwer zu lenken hier, dieses, dieses, äh, Flugzeug. Bin hier wirklich auch nur mit, äh, mit Maus und Tastatur am Spielen. Ach echt? Oh! Reinfliegen! You killed yourself. Okay, also ich mach nicht mehr diese, diese, äh, Dingens mach ich nicht mehr. Hier diese, wow. Diese, ähm, Dingens-Boomens, da mach ich nicht mehr. Diese Flieger sind scheiße. Nein. Bin ich von so einem ATS-Dick gekillt werden? Okay, du bist da hinten irgendwo. Ah, ich sterbe wieder. Ach so, jetzt kannst du auf die Dinger schießen. Ja, sauber, mach's kaputt. Mach mal hier, ach, das Special hab ich gar nicht, ne? Scheiße. Ja, mach's kaputt. War jetzt mit so, mit so riesen Kanonen und sowas. Am besten schon, ne? Mach's kaputt. Cool, nice. Ich kann da nicht durchschießen, lol. What the fuck, man kann da gar nicht durchschießen. Das ist wieder so ein ATS-Zene, ne? Musst du aufpassen. Verloren. Schade. War aber geil, ey. Du musst du noch so ein Ding da rein, donnern. Ja, das ist halt scheiße. Du musst da halt, äh, ein bisschen auch ein Team. Du musst, du musst so ein Ding da einnehmen. Und das, wenn du das aktiviert hast, musst du warten, bis das durchgelaufen ist halt. Damit dieser Upload kommt, damit die halt der Tschutschel da abgehauen, ne? Okay. Ja, wenn du das sagst, dann wird das schon stimmen. Ja, cool. Hat auf jeden Fall ziemlich Spock gemacht. Wollen wir noch eine Runde machen? Weil das geht alles zu schnell, finde ich. Ja, kann das. Wirst du ein richtig schönes, langes Beta-Video machen hier. Ah, na, dann mach doch. Dann machen wir noch eine Runde. Hoffentlich setze ich jetzt wieder den Cut. Ähm, ich hoffe es. Äh, das würde ich sagen, dann bis gleich. So, ja. Ich hoffe, ich habe hier gerade jetzt, ähm, den Cut gesetzt. Genau, ich hoffe es. Denn ansonsten habt ihr jetzt gerade wieder gesehen, wie ich gegessen und getrunken habe. So, ich habe endlich den Ionenschuss, habe ich endlich. Cool. Ziemlich geil. Aber ich kann mir jetzt den, den A280C Blaster kaufen. Wo kaufe ich denn nochmal? Okay. Machen wir hier Match Started und so. Wir legen einfach mal los hier. So, ich bin drinnen. Da, wo wir uns irgendeinen Walker schnappen können oder sowas. In der Richtung. Davon ist ein ATS-T. Das schnappt sich jetzt aber ohnehin jemand. Ja, mal klar. Da, 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 da. Da, 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 da. Würde mal gerne die Missionen ausspielen. Also die Missionen, wenn ich mal morgen oder so anspielen. Alter. Zocker sind das wieder. Hast du einfach keine Chance gegen die Leute. Da ist Luke Skywalker. Komm, ich will ihn töten. Nein, ich will ihn töten. Ach, er hat mich getötet. Oh, schon wieder Oma gnadenlos. Menno. Nervst. Hast du Luke Skywalker getötet? Immerhin. Ja. Sehr gut, guter Mann. Freifreiter. Ja, natürlich. Ein T-Feeder. Er hat uns gegenseitig getötet. Verdammt. Storys. Ich komme. Gibt's denn nicht irgendwo ein Power-Up? Need Power-Up. Gibt irgendwas fahren oder so. ATS-T, ST-AT und... Was geht da, Fighter? Oder sowas. Da ist irgendwas. Das gehen wir uns mal gerade holen. Ja, weg. Hier ist irgendwas. Hero pick up. Ja, Mann. Weiß nicht, wie man diese Rollen machen kann. Verdammt. Dö, 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 dö. Ja, Mann. Die machen da so Kampfflugrollen und was weiß ich, ey. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Ja, Mann, ey. Ich bin Darth Vader, Junge. Jetzt geht es hier richtig los. Was kann ich denn machen? Was ist das? Schwert werfen? Alter, Alter. What the fuck? Ach, Mann, ey. Die so blöden... Ex-Dingens-Fighter-Penner. Sehr gut. Schon wieder. Mano. Alter, die halten mich hier voll auf und so. Ich bin tot. Alter, ey, du hast keine Chance hier. Also ich find, ich find Darth Vader echt schlecht irgendwie. Da will ich Luke besser, weil dem kannst du nicht springen und so. Cool, lass TIE-Fighter fliegen. Lass holen wir uns mal. Wollen wir damit was hinkriegen. Where is our TIE-Fighter-Support? TIE-Fighter-Support? Oh nein, ich habe mich selbst gekriegt. Wir haben TIE-Fighter-Spielen. Ziemlich geil. Ich würde gerne wissen, wie man in Ego gehen kann. Achso, auf C. Tatsache. Rekt. Das ist ja aber mega geil, oder? Auf C, ja. Ja, ja, auf C kannst du in Ego gehen. Aber irgendwie sehe ich hier nix. Loll. Grimbo Nutt hat mich getötet. Oder haben wir uns gegenseitig getötet. Ja, wie geil war das denn jetzt? Och, manno. Schon wieder tot. Das ist doch doof. Ich hoffe, schon was getötet? Ja, ein. Wauzi. Ein einziger getötet. Das ist richtig gut, ey. Das ist wenigstens einer mehr wie ich. Hast du aus der Rache getötet? Das ist schlecht. Ich benutze auch öfters auch mal dieses Snipergewehr, weil das irgendwie ziemlich geil ist. Ja, das habe ich mir auch schon gekauft. Wir wechseln das jedes Mal, das Wechseln der Waffe mit 1, ne? Wäre ich schon wieder hier beschossen. Wollte ich mich noch irgendwo beschossen? Ich weiß nur nicht von wo. Wollt es nochmal in die Basis rein. Ich habe wieder einmal einfach die Granate geworfen. Ob it's strike. Wollt ihr mich verarschen? Alter. Ob it's strike schon wieder? Kann doch nicht sein. Oh, ja natürlich. Alter, 3% hat der Penner noch. Das kann doch nicht sein. Start with your partner. Oh, neben dir. Alter, der ist direkt neben dir runtergesprungen, ne? Der Penner. Komm, ich bleib hier. Dann kannst du bei mir spawnen. Wenn ich das jetzt überlebe. Ne, überlebe ich nicht. Da waren leider... Da waren leider jetzt gerade 13 Leute. Die haben mich getötet. Jetzt hat bloß der Partner. Come on. Stopp, du Ratte! Wo wollen wir denn hier mal jemanden? Ich finde es ja mega schwer in dem Walker. Vor dir links ist was. Vor dir links ist ein Item. Ich gehe es mal holen. Guck, was es ist. Was haben wir hier? Ach, Infantivitorett. Cool, Tourette. Asch und Wichser! Schon wieder! Alter, ich muss mich da echt dran gewöhnen, dass ich nicht auf 1 die Waffe wechsle. Wie in Counter-Strike oder so. Alter. Weil hier geht echt die Party ab, ne? Ohne Scheiß, oder? Stopp, du Ratte! Ah, die können auch die Dinger schießen. Ne, das ist schlecht. Hier ist wieder, Pferd. Es ist echt gut, die von hier links zu flankieren, die Leute, ne? Ohne Scheiß. Es ist echt genial. Na komm, holt ich mal einer raus. Wann hat sie da mal hin? Haha! Wie lange getötet? Muhahaha! Guck mal, der Sniper geht mal raus. Guck mal. Ach, wie die Leichten hier durch die Gegend fliegen. So mega geil, ey. Ich muss mich da echt dran gewöhnen. Ich mach immer wieder den Fehlendruck auf 1 und wechsle da meine Waffe damit, ne? Oder will die dann wechseln? Nein! Gut, jetzt sind wir hier zu dritt. Hammergeil, Junge. Wir machen's fürs Imperium! Ich bin's, ich bin hinter dir. Echt, ist gut. Alle rein! Ja, die Granate war ja gut. Hahaha! Sehr gut. Bis Imperium! Ist da wo jemand? Alles für Darth Vader! So, wir haben eine Granate reinwerfen. Hast du dir einmal getroffen? Da ist jemand. Warte, kann es sein, dass wir die Dinger zerstören können? Ach nee, da war wirklich jemand. Okay, wo bist du denn? Ach, da bist du. Okay, ich bin hinter dir. Go, go, go! Fürs Imperium! Los, Sven! Imprejale Truppen haben die Schüttung eingenommen. Imprejale Truppen haben die Schüttung. Erster Transporter gestartet. Yeah! Erster Transporter gestartet. Yeah! Ah! Ionenkanone weit machen. Hahaha! Erster Transporter gestartet. Yeah! Das war geil, Junge, ey. Auf jeden Fall. Was hab ich da gelacht, ey. Die Sache ist jetzt nicht die Dingeranz, oder? Der Film ist nie geil, Verarschung. Da ist das ja so lustig gemacht, ne? Das ist ja keine Ionenkanone, da ist es ja eine Tittenkanone. Das ist so genial, ey. So eine Brüstekanone. Du kannst bei mir spawnen, wenn du willst. Ja. Okay, bist du. Alles klar. Ich hab gerade Tränen in den Augen, ey. Ich auch ein bisschen. Ja! Ah, cool, ich hab' mich getötet. Ah, da kommt eine Granade! Okay, Granade! Granade, Renade! Ich deck mal hinten ein bisschen ab. Hab' alles gestorben. Gerade, dass man, äh, nicht wiederbeleben kann. Ja, schade, ne? So ein bisschen. Hab' mich getötet. Come on! Spawn hier! Ja! Ja! Haha! Ja! Ich komme! Erster Transporter gestartet! Yeah! Oh Gott, auf den Schreck hab' ich einen Faden. Nein! Oh, der Wichser hat er mich gekillt, ey. So eine Scheiße! Start with your partner! Come on, Sven! Der ATSD ist ein Feind, dabei ist er ein Freund. Oh! Hilfe! Das, das ist Nord! Wo ist Nord? Nord, Nord-Helmchen! Nord-Helmchen! Was haben wir denn hier? Hilfe! Hilfe! Lol! Alter, von der Rechts vor diesem Scheiß Berg aus, ne? Müssen wir mal den Berg da irgendwie kalt machen. Ja! Cool, du bist ein ATSD? Ich bring' auch mal! Sauber, Sven! Mach mal rechts alles kalt, ey! Was? Ich bin nirgendswo drin. Das wär' immer schön, wenn ich in sowas drin bin. Achso. Okay. Habt ihr zwar noch immer hier oder die Upgrades? Wo sind die denn? Da links ist einer. Ich seh' einen! Verdammt! Stopp, du da, ey! Ich hab' mal meinen Ionen-Impuls angeworfen hier. Und da oben sind noch ein paar Wichser drauf, ne? Ich lass' einfach mal ne Granate jetzt da hoch. Ach, schade, kein getroffen. Ich lau' jetzt mal auf diesen Berg hoch. Guck mal, ob ich da vielleicht ein paar gekillt kriege. Guck mal mal. Erschaffen wir das ja. Alter! Der geht mir so auf die Insel da oben. Geh' auf den Berg da, die Wichser, ne? Komm, lass' wir die mal wegholen. Ich lauf' da gerade jetzt mal rum. Ja, ich bin hinter dir. Guck' wir mal. Defend the Walker! Okay, die sind jetzt gerade angreifbar. Kommt mal denn hier auf den verfickten Berg, Junge! Ich schreib' mich das auch gerade so ein bisschen ringfügig. Oh, guck mal hier unten, sind ganz viele! Echt, wo? Ich hab' sie platt gemacht. Echt? Sehr gut, guter Mann. Auf dich ist Verlass. Da laufen sie. Platt! Keine Ahnung, wie man da oben draufkommt. Ich hab' da keine Ahnung, wie man da oben draufkommt. Ohne Witz, ne? Schade, dass ich mir den nicht spotten kann, in dem Spiel. Das ist echt schade. Geh' dir auf den Berg sind nur noch mit, aber da mal tot. Komm, von wegen. Hast noch einer! Töte ihn! Er ist tot! Und! Noch einer! Ich töte ihn! Noch einer! Ich töte ihn! Alter, das... Da waren richtig viele gerade, ohne Spaß. Vor euch! Vor euch, Leute! Meiner hab' ich noch gedötet. Nein! Ach, vordern, ich wollt' noch meine, meine Dinge schmeißen. Fuck, wo bist du denn? Du bist da. Und dann kann man einen mit nem Snipkler-Werfläch töten. Verdammt! Ey, ich hab' ihn getroffen! Aua, er trifft uns! Nein, er hat mich getötet! Ach, dieses dumme Arschloch. Scheiße! So ein Mist! Hier ist doch mal... Piep! Piep! Ach, scheiß drauf. Meine Zuschauer wissen, dass ich gerne fluche. Also, kein Problem. Da ist keiner. Der Global Strike! Global Strike! It make it! Come on! Deck dir zu Chopper! Ah, come on, down! Get to the Chopper! Was hast'n jetzt? Was ist denn jetzt? Ah, Zeit weiter! Ja, ja, ja. Die Interceptor heißt der ja. Global Strike! Ah! Hilfe! Einfach mal reinhalten da. Alter, das Global Strike ist so böse, ne? Ohne Spaß, ey. Ist so übel. Einfach mal da hinschießen. Was haben wir hier? Charge up! One Charge up hab' ich gekriegt. Cool! Guck mal, nice. Ah! Ah! Da ist so ein AT, AT, AT! Den will ich haben! Meiner! Nein, tötet mich nicht! Dankeschön! Juh! AT, AT vorn! Sauberst! Jetzt jähdet ab, hey! Jetzt jähdet ab! Jetzt fangen wir mal ein paar Kills hier ein. Da kann wohl die wahr sein. Ah, ich hab mich auch getötet. Sehr geil. Echt genial gemacht, ne? Dass du, du kannst ja die großen Kanone steuern. Also die fette Kanone oder machst die kleine Kanone an, ne? Das ist echt ziemlich geil. Bum, bum! Das ist voll genial gemacht. Ohne Scheiß. Das Ding hab' ich down gemacht. Da war noch einer. Alter, ich werd' grad voll, voll niedergemacht. Die vor Orbited Strike. Wir werden getötet. Sehr gut. Amt, ich werd' eingenetzt. Eingenetzt! Haben gewonnen! Oder? Kann das sein? Gleich. Event the Walker? Nee, ich bin rausgegangen. Achso! Einmal kam mir für die begrenzte Zeit. Eigentlich wurde ich zerstört. Das war das Problem. Verdammt! Ich wurde zerstört. Das war aber ganz schön fies jetzt. So ein Mist. Jetzt haben wir ein Gewicht. Victory! Ja, Mann. Sehr schön. Ja, ein Walker ist leider gestorben. Schade. Ich hab' halt keine Ahnung, wie das halt bei den Rebellen ist. Wie man aktiviert man eigentlich, dass man auf die ballern kann. Wie geht denn das eigentlich? Ich hab' da keine Ahnung von. Das hab' ich dir eben doch erklärt. Du musst diese Dinger da aktivieren. Und musst sie dann verteidigen, während sie am aktivieren sind. Achso. Okay. Kein Problem. Ich fragte dich in 20 Minuten eh nochmal, weil ich das nie wieder vergessen habe. Aber okay. So. Wir machen auf jeden Fall noch eine Runde. Ist mir immer noch zu kurz. Ja! Promoted! Rank 4! Woohoo! Sehr schön! Rank 4! War 20.000 brauchst du? Ah cool, ich hab' schon 4.300. Sehr gut. 5.300. 5.800. Wollte ich das spiele aber grad so ein bisschen. Cool. Sehr gut. Ich hab' 9.000 Punkte gemacht in diese Runde. Bist du schon Level 5? Äh, nein. Okay. Gut. Ich hoffe, ich setze wieder einen Cut. Dann, äh... Ach nee, es geht direkt los. Ja, dann machen wir das direkt hier weiter. So. Los geht's. Hier spielen jetzt wieder Rebellen. Sehr schön. Join. Join the... Join the game. Join it. Okay, noch müssen wir defenden hier. Also noch ist hier keiner. Da gekauft denn. Was ist denn der Iron Shot? Nein, ich hätte fast einen getötet. Ich hab' fast den S-Kill, glaub ich, gekriegt. Hallo? Doch, ja, ich hab' den Kill gemacht. Woohoo! Was ist das denn da? Ist das denn da gar cool? Ich hab' nur ein Schutschild. Achso. Okay. Ich hab' bereits den ersten Kill gemacht. Wo hast du denn diesen Iron Shot? Was bringt denn der? Äh, das ist quasi Schadenerhöhung, ist das. Guck mal, da schießt du so blau. Wie ich gerade. Äh? Ist voll genial, ist der, ja? Ist ja, äh, Ionschuss. Oh, go, pick'em out! Siehste? Hier, das Ding ist ja jetzt hier am aktivieren. Das blaue, das müssen wir jetzt verteidigen. Die Opfer hier, die anderen, die wollen das verhindern. Aha! Noch einen getötet. Hast du, hast du das jetzt verstanden? Das ist doch, Vader! Echt, wo ist das Vader? Wo ist er? Ich hab' noch nicht gesehen. Leider auch gerade runtergefallen. Houtet worden. Bist enthoutet worden? Du bist defend- Defended das! Mein Gott, kann doch nicht so schwer sein. Uh, da ist ein AT-AT. AT-ST. Ganz schön böse. Wow, super. Einen haben wir schon mal. Ach, das Luke. Ich wüsste gerade sagen, Alter, ich hab' voll den Schock gekriegt gerade, ne? Weil der Luke gerade war. Das ist gut. Zweiten haben wir. Wir brauchen immer vier von diesen Bombern da oben. Dann geht die Party ab. Okay. Ist gut zu wissen. Bin hier gerade gut Kills am machen, muss ich ehrlich zugeben. Läuft gerade echt gut hier. Für mich. Hast noch einer. Ach, Mann! Aha! Es ist gekriegt! So, jetzt gleich geht's runter. Und dann volle Kraft da auf die Dinger da, ne? Auf die Scheiß, auf alles andere. Bänger ich down. Bänger ich down. Bänger ich down. Lol. Ja, wer? Wer denn noch? Ach so, genau. Wir sammeln. Sammeln die, glaub ich. Oh, noch nicht. Mal runterschießen. Nice one. Ist gerade hochgegangen. Warum? Wir haben schon vier von diesen komigen Bombern. Ich glaube, wenn die die Sachen hier passieren... Nein, ich hab jemanden gedürtet mit so einer Granate. Wie geil. Aha. Du willst mich doch verarschen. Ich war doch unter so einem Schutschel. Komm, Junge! Jetzt geht's dir ab, hier, Alter! Was für eine geile Posi hier. Ohne Spaß, Mann. Was für eine geile Posi ist das hier. Ja, jetzt, jetzt hab ich das verstanden. Du musst, dass du fänden, je mehr du von diesen Bombern da hast, je mehr Schaden machst du nachher an diesen... Loil. An diesen Walker. Alter, was war das für mich. Okay. Boah, guck mal, wie viele Fighter wir haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück. Genau, und die werden gleich alle auf das Ding schießen, wenn wir diesen ersten Punkt erreicht haben. Ah, okay. Ich glaub, jetzt hab ich verstanden. Was ist hier? Cool, hier haben wir wieder so'n, 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 äh, so'n Tourette haben wir hier wieder. Global Strike! Global Strike! Oh, schade, ich hab das Ding nicht mehr geused gekriegt. I'm using a Wii Remote. Alles klar, du usst ne Wii Remote, das ist gut zu wissen. Aber hier links, die Posi, die war mega geil. Guck mal, ich hab da vorher schon neun Kills jetzt gemacht. Voll mega, die Posi da oben gerade eben. Komm, was hässliches, dickes. Jo, und anschmeißen. Da, guck mal, ich schieße blau. Boah, Junge! Ja! Nice, sauber. Schön gemacht. Das tut nicht weh. Oh, da ist ne Mine. Das ist aber noch was anderes. Was ist denn da? Obl ist ein Strike! Oh nein, Hilfe! Ich hab wieder einmal auf eins gedrückt, weil ich die Waffe wechseln wollte. Ah, klasse, ich bin aus dem Orbital Strike rausgelaufen, weißt du, behindert. So'n Scheiß. Start! Ich wollte eigentlich Start per Dingens machen. Per Freund. Alter, diese... Er ist voll mies, man will die TIE Fighter auf einen schießen, ne? Das ist voll mies, ey. Ohne Spaß. Können wir so'n Ding hier aktivieren, wenn's geht. Oh, was? So, oh, höllisch! Defend. Aha, okay. Ah, jetzt wirst du das defend'n. Okay, alles klar. Ja, wenn's blau ist, dann defend'n. Dann hat's einer gedreht. Wie gesagt, je mehr Bombe, ich denke mal, die werden gleich von der Seite und werden da in diese Dinger da reinhauen. Oder man kann... All das nicht... Ist auch egal. Da da da... Da 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 Genau hier war die Position, wo ich gar nicht so viele Kills gekriegt habe. Genau hier. Voll geil, ja? Ohne Scheiß. Gar nix. Nicht einer? Gar keiner hier. Laster kennen. Jetzt. Achso, oh lol. Jetzt hab ich die hingesetzt. Das bringt nur nix. Achso, geil, warte mal. Ja, mal, ich schieße mit dieser geilen Kanone hier, die ich grad mir grad geholt habe. Ich schieße jetzt da drauf. Was geht ab hier? Ja, siehst du, diese Dinger, die kommen da an der Seite angeflogen oder so. Ich bin gerade voll mega drauf schießen. Ah, verdammt. Wurde ich von einem getötet. Das ist ein bisschen unfair jetzt gewesen. Attack the Walker. Ja, ja, ich weiß. Wissen wir ja. Da schießen Leute besser drauf. Kann das sein als eben? Ja, definitiv. Achso. Ach, ich check das jetzt auch erst. Achso. Jetzt check ich das erst. Wenn die halt an dem Punkt angelangt sind, an dem ersten Punkt, sind die halt gestunt und dann kannst du auf die schießen. Ja, sozusagen. Und je mehr du von diesen Raketen-Dinger da hast oder geuploadet hast da, ne, desto mehr, ne, kriegen die halt schaden, ne, und gehen schneller runter. Wo ist auch immer mit der Ding ist noch einmal drauf, mit der Sniper. Glaube ich, glaube ich, nicht so schlecht. Ich glaube, jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt ist es vorbei, schade. Du kannst im Übrigen aber auch nachladen, ne? Wenn deine Waffe überhitzt, das kannst du schnell R drücken, dann ist die schneller wieder ready, ne? Ja. Gucken wir mal gerade. Ja. Gute, glaube ich, so rein. R drücken. Zack, dann ist die nämlich ein bisschen schneller ready. Na, Dottie! Oh, von hinten! Oh, Leute, von hinten. Hast keiner gesehen? Das war ja scheiße. Wo bist denn du? Bist du tot? Ey, ich bin in so einem Turm drin. Was haben wir denn hier vorne? Was ist das hier? Cool, Blastercannon. Sehr geil. Also, wir müssen hier was aktiviten. Achso, cool, okay. Ich glaube, ich bin Luke. Ich bin Luke. Luke Skywalker. Immer da ankommen. Und ich halte mein Lichtschwert ins Ding. Kann ich nicht drauf schießen, ne? Ach komm, ich lasse das Ding hier liegen. Scheiß drauf. Schon wieder. Alter! Aber ich werde darauf nie, glaube ich, klarkommen, dass ich mit drei wechseln muss. Das stimmt, mit eins. Weil ich immer die Counter-Strike-Streuung im Kopf habe. Defend, ne? Wir haben nochmal gerade hier. Defenden noch. Come on. Das ist ein. Ah, okay. Alles klar. So machen wir das dann also. Defend. Ah, so. Der macht dann immer einen zusätzlich noch. Ah, alles klar. Okay. I check it. I check it endlich. Also wenn du das Ding defendest, macht er halt irgendwie alle, ich glaube, das sieht aus, als er jetzt irgendwie jede Minute wäre, jede Minute ein Schiff zusätzlich. Ja. Interessant. Weiß nicht. Manchmal meine ich, ich spreche gegen eine Wand. Ja, hier ist so viel Action ohne Scheiß. Hier ist so viel Action manchmal. Oh, oh, ich bin genau für den AT-AT, das ist nicht so geil. Uh, das ist so ein Schiff. Wollen wir es mal holen, hoffentlich. Jo. So kann ich ja auch nicht mehr fliegen, das Ding hier. Das ist ja mal geil. Was denn? Das hier, hallo. Ja, dieses andere Schiff, dieses rot-weiße, weißt du? Ja, dieses kleine. Ja, genau. Achso, ich wollte gerade sagen, kann ich nicht steuern oder was? Oh, das darf Holwirne. Darf Holwirne? Harpest. Oh nein, der ist mich am Würgen. Würg. Ja, der hat jetzt eigentlich zu beschießen jetzt gerade? Was? Ja, ich glaube, jetzt gleich, ne? Ja, sag mir mal, wenn die, wenn die, ähm, wenn ich die angreifen kann. Jetzt. Jetzt. Was steht da oben? Attack Walker. Okay, ich greife die jetzt an mit diesem Schiff hier. Ich meine, damit nicht Walkers Texas Ranger, sondern die Walker. Attack Walker Texas Ranger. Lockated! Die trifft ja gar nicht. Los, ich gehe voll dann rübergezimmert. Was denn für ein Scheiß? Ich werde gerade von dem TIE Fighter geschossen. Haben wir es nicht geschafft, die runter zu kloppen? Scheinbar nicht. Ja, wir hatten zu wenig von den Dingern. Macht aber mega Laune, mit diesem Schiff zu fliegen hier. Ja, das ist ausgerechnet jetzt. Come on! Haha, man, gekillt! Wuhu! Nice! Ah, so ein TIE Fighter. Äh, gut, das ist dieser, dieser Dingens ist da. Das ist der, äh, Darth Vader, äh, äh, TIE Fighter. Das ist ja geil. Dötet ihn! Oh Mann, warum wirft der den nicht noch? Ja, defendet das doch mal da. Liegt doch mal da drüber und pfeffert da einfach mal rein. Das blaue Ding da. Das ist das blaue Ding. Naja, da wo die Fan steht. Hier, mach ich. WUAH! Ich komme! Ich bleibe immer reingeflogen. Sollst du ja nicht rein? Ja, ich hatte keine Lust mehr auf dieses Ding hier. Ah, ziemlich cool, dieses Flugschiff da, ist ziemlich geil. Oh, komm, lass uns mal aktivieren hier. Ich aktiviere, schütze mich! Yes, aktiviert's! Nice, ey, ich hab von dir aus einen gekillt. Leck mich am Arsch. Der gekillt, ey, mich fuck das so ab, ey. Echt, bist gründet worden? Das ist super leid für dich. Ah, kaputt, wir missboren. Bist du da? Bist du da? Bist du da? Bandit! Verdammt! Ich fände immer noch, ich bin noch unternehmen am stehen. Aha! Hilfe, ich bin gleich tot! Hilfe! Alter! Oh, von hinten, so ne Scheiße! So ein Mist! Partner Start! Nee, du bist auch noch Defender, das ist gut. Ich guck's dann für so Power-Up oder sowas. Alter, was war das denn? Okay. Verdammt! Schlecht Versuchs! auch komm schon aber ja so ein t47 flieger wieder haben wir die dinger noch jetzt müssen wir ja jetzt müssen wir gucken dass wir die kaputt kriegen aber ich glaube das wird nichts ich bin gegen den geflogen bin gestorben ja ich hab das einfach verloren glaube ich ja dann jetzt noch mal alles draufballern schießt die in der schutzschild das ist ziemlich ungeil einen haben wir kaputt wir müssen alle auf das andere ding schießen vielleicht können wir das noch gewinnen mit meinem schnappergewehr drauf geschossen oh guck mal wie der fällt der fällt der fällt der fällt auf jeden fall aber ob es reicht die frage oh nein ich bin gestorben hilfe oh fuck jetzt hat er mich auch noch gekillt die dreckste ja victory sehr schön oh Gott wunderschön oh krass für eine runde ey hammergeil richtig laune richtig richtig laune ich bin neunter geworden ganz cool auf jeden fall ich bin auf jeden fall plus ich hab elf kills und bin zehnmal gestorben ja ich hab elf 19 elf 19 oh das ist ein bisschen viel ja 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 nein quatsch das ist hallo das ist ja hier beta noch keiner kennt das spiel wirklich ja ich glaube aber langsam aber nicht genug gezeigt war das war auf jeden fall ich denke mal die beta zu äh star wars battlefront ich hoffe es hat euch spaß gemacht wenn ihr davon ein let's play sehen wollt dann schreibt mir das in die kommentare und liked kräftig das video und dann weiß ich bescheid alles klar die wollen hier von let's play haben äh ja dann würde ich sagen vielen dank fürs anschalten und bis zum nächsten mal zu vielleicht star wars battlefront machts gut ciao ich beiß in ein Würstchen bitte bitte sagt das nimm das mit rein ich beiß in ein Würstchen ich trinke mein energy drink ah rockstar einfach gut ich will ein Flugzeug ich will ein Flugzeug ich will ein Flugzeug ich will ein Flugzeug so wenn ich jetzt kann wenn ich jetzt hoffentlich nicht den cut gesetzt habe hab der ich esse wieder ein Würstchen ich trinke wieder super find ich auch so ja ich hoffe ich habe hier gerade jetzt ähm die cut gesetzt genau genau mit ich das ist das ist das ist das ist Vielen Dank.